Hallo Flo von Alpha Outdoor. Ich wollte dir kurz gratulieren zu 100 Abonnenten und warum ich dich abonniert habe? Es ist hauptsächlich wegen einem Video, wo du deine Ausrüstung für eine Übernachtung vorstellst. Und da habe ich gedacht, da muss ich dich abonnieren. Vielen Dank, wie du da geäußert hast, von dem ich dazu gebracht habe, dich zu abonnieren. In diesem Sinne, machen wir weiter so und alles Gute. Ciao. Bis zum nächsten Mal.